Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play World of Warcraft und wir machen mal wieder Arena Games bzw. Cap und wir gehen anscheinend auf den Hunter. Okay, ich mach mal Illusionen, damit ich aussehe wie der coole Herr neben mir. Und 3, 2, 1 und los geht's. So, ich schreib einfach mal schnell Plus, damit er auch genau weiß, dass ich das auch erhalten habe, die Nachricht. So, dann wollen wir mal, wir haben einen Hunter und einen Sturker, die kommen von meinem russischen Server. Okay, ich bin immer total gespannt, wie das abgeht und Holy Fuck, da kommt auch schon der Schurke. Was? Jetzt schon gejust, ist aber nicht gut. Nix Shadow Dance. Ey, clock down, jetzt kann ich auch den endlich mal Debuffs geben, kann das sein? So, den Hunter gebe ich auch mal gleich was und yes! Mein komischer Kollege ist am verrecken. Sehr gut, nein, der lebt noch, geile Scheiße. Du Drecksack, was haust du einfach von meiner Phrase ab? So gut, aber ich kann gleich sogar, sofort sogar wieder Dings machen. Tieffrieren ist gleich ready. Finde ich sehr geil. Das hört mich sehr an. So, gucken wir mal, wo kommt der Schuch raus? So, den töten wir jetzt einfach mal so, bam, der ist schon mal klatschtot und der hier, boah, der kriegt jetzt erstmal einen richtigen Deep Freeze in den Arsch. Oh ja, geil, ne? Oh ja, geil. So, verpisse ich mich? Erstmal eine Runde? Hier, komm mal her. Hui! So, hier, erstmal Schild anmachen, okay. So, mein Schatz, wo bist du denn? Ah, wenn das nicht mein Schatz ist. Wo bist du? Es geht! Ach, mein Kollege ist tot! Wieso ist mein Kollege tot? Hallo? Hallo, Schucke? Alles fit bei dir? Ne, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Jetzt Deep Freeze und... Okay, beam, wollte ich schon fast sagen. Naja, dann vielleicht doch nicht. Egal. Jetzt aber! Cloak down! Jetzt gibt's Schläge, mein Freund. Aber richtig vom Feinsten, von Dr. Peppers. Höchstpersönlich in your face. Bam. So, wenn du nicht stirbst, dann weiß ich auch nicht weiter. Na, komm. Na, komm. Putt, putt, putt. Putt, putt, putt. Putt! Komm. Komm, da schaffst du. Ach, Mist. Nö, Eisblock. Und jetzt einfach mal Deep Freeze und Klatsch in your face. So, dann machen wir uns mal ready für den Fight. Wir haben hier Schucke und Ele-Schamane. Okay, dann wollen wir mal rein. Zwei, eins und bei zwei heißt es. Pew, Unsichtbarkeit. So, dann wollen wir mal. Wir gehen auf den Ele. Joa, das ist ziemlich gut. Oh, der ist schon da? Okay, mein Freund. Dann wollen wir mal. Oh, das ist aber süß von dir. Hier. Nix da. Übrigens, du kriegst auch was. So. So, und bevor du hier irgendwelche weiteren Faxen schiebst, Digga. Dich mach ich weg. Oh, wer kommt denn da? Kommt jetzt der Schurke von hinten? Find ich aber nicht so heiß. Oh, komm her, Schurke. Mein Freund und Helfer. Alles fit? So ist mein Ele. Da. Yes. Nein, wo ist denn? Wo ist denn mit seinem Leben? Ja, jetzt mach ich einfach mal auf dem Deep Freeze. Ey, das passt wohl. So, erstmal einen schönen Counterspell rein. Und jetzt... Jetzt geh ich einfach mal hinterher. Ja, er kann sich schön heilen. Ich wünsche dir echt viel Spaß dabei. Toll. Ich bin gehext. Nein, ich bin nicht gehext. Guck, ich kann immer noch nochmal rumlaufen. Na, er wundert sich wahrscheinlich auch schon. Komm her, mein Freund. Komm her, mein Freund. Dich mach ich weg. Ah, dann geh ich eben auf den Rogue, Alter. Wenn der ständig hier am Heilen ist. Ey, das gibt's doch gar nicht. Krieg den so erstmal nicht down. So, machen wir das mal einfacher. So, Deep Freeze. So, jetzt hau rein, Schurke. Mein guter Freund und Helfer. Ich bin übrigens mit dem Mage noch überhaupt nicht gut. Ich bin noch voll schlecht mit dem. Aber es wird langsam. Komm her. Erstmal hier, erstmal slow. Und jetzt, mein Freund. Jetzt geht's rund. Nein, der ist rausgegangen. Wie konnte er nur? Oh, schade. Schade, schade. So, da bin ich mal sehr gespannt, wie wir gegen Krieger und Schurke gerade jetzt gleich auskommen werden. Oder gegen einen ankommen werden. Wir werden sehen. So. Also, die werden wahrscheinlich jetzt beide erstmal unsichtbar gehen. Ja, wegen dem Schurken. Das ist ganz okay. Ich denke aber, die werden jetzt gleich den Hexer sowieso anstürmen. Ja, da ist auch schon der Krieger. So, mein Freund. Alles klar. So, ich kann gegen den Rogue jetzt gerade erstmal nichts mehr machen, weil er Cloak of Shadows hat. So, hier mache ich mich erstmal weg. Und gebe ihn hier erstmal. Bam. Deep Freeze. So, dann mache ich mich hier raus und er ist gleich eh tot. So, hier. Viel Spaß. Boing. 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 Und Brock. Nixer. Bist dich. Bist dich Rogue. Mach dich weg. Nein, Mann. Nein. So. Zum Glück hat er geführt. So, wen haben wir da? Wir haben da gerade den Schattenpriester und einen Krieger. Okay. Wir gehen. Wir gehen Wari. Wari ist gute Auswahl. Illusion. So. So. Drei, zwei, eins. Und los geht's. So. Shit. Shit. Nick Silence. Deine, deine Muda Silence. Ich muss den wegkriegen. Ich muss den wegkriegen. Ich muss den wegkriegen. Yes. Yes. So. Dann machen wir das mal anders. Jetzt kommt unser Herr Kollege richtig dran. So. Der kriegt nochmal einen Schieb. So. Und. Mit dir mache ich jetzt Party. Glaub mir mal. Deep Freeze. Bam. Bam. In your face. So. So. Mal gucken, was der jetzt macht. Nicht viel, außer rausgehen wahrscheinlich. Ja, komm. Das kannst du dir sparen. Kannst du gleich rausgehen. Oh, der will wirklich noch kämpfen. Das ist ja mal ein interessanter Typ. Ganz interessant. Ziemlich interessant. Oh, Leute. Ich bin gerade so übelst angesackt, ne? Das glaubt ihr mir nicht. Das glaubt ihr mir nicht. Wie angesackt ich gerade bin, ne? Ey, wenn der Verstärker jetzt nicht fällt, ja? Innerhalb von ein paar Sekunden, ey, dann raste ich so aus. Habe irgendwas vergessen? Mein Irl ist da. Gut. Dann kann ja nichts schief gehen. Boah, meine Fresse, ey. Boah, den werde ich jetzt so kaputt machen, den, ne? Den Verstärker. Ich werde den so vergewaltigen. Das geht gar nicht. Komm her. Komm her. Komm her. Komm einfach her. Komm her. Komm her, mein Schatz. Interessiert mich nicht, was du machst. Interessiert mich überhaupt nicht. Weißt du das? Uh, wer ist der Down? Oh, wer ist der Down? Oh, na, wenn das nicht der komische Verstärker war. Und der Hunter, der chillt hier hinten die Base. Warum auch immer der das tut. Keine Ahnung. Yes. Erfolgreich gewonnen. Durch nichts tun. Was ein unährenhafter Sieg. Ich habe gehört, Paddy ist angesagt. Dann wollen wir mal. Auf den Dicker. Komm her, D.K. Komm her, D.K. Oh, mein Freund, komm her. Oh, wer ist da sofort ein Deep Priest? Oh, wenn das nicht der D.K. ist. Oh, ja, 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 ja. So, wo ist der Heiler? Oh. Hä? Hey, ich habe dir noch gerade ein Dings reingepackt. Ein Sheep. Willst du mich trollen? Piss dich mal. Piss dich mal. Oh, hier, du kriegst ein Sheep. Mein Freund. Du kriegst ein Sheep. Geile Scheiße, ne? Oh, ja. Oh, ja. So, am besten jetzt. Zack, zack. Bam. Und bam. In your face. So, er ist tot. Ich habe zwar jetzt gerade nicht ganz so gerafft, was passiert ist, aber der ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Gut, wir gehen auf den D.K. Ja, okay. Das ist ja natürlich Standard bei uns. Gut, alles klar. So, dann machen wir uns einfach mal unsichtbar. Und let's go. Oh, der D.K. Oh, der ist so sweet, ey. Er soll mal freiwillig kommen. Der soll mal freiwillig kommen. Was? Dein Ernst? Dein Ernst? Yo, Mann. Zeichlone. Danke. Läuft bei dir. Da, hier. Da kriegst du nochmal hier was. Und da noch was. So. Und. Ne, wenn. No, okay. Den kann ich nicht wegpacken. Okay, dann weiter auf den D.K. So, D.K. Gleich wird's lustig für dich. Glaub mir mal. Du siehst es zwar noch nicht, aber da kommt gleich noch was. Siehst es an dich. So, ich zieh schon mal. So. Jetzt wird's lustig. Anti-Magische Hülle. Anti-Magische Hülle. Ich glaub's ja nicht. Wie ich sie hasse. Ne, hier. Counterspell. Mein Freund. Counterspell. So ja nur nicht. Wo ist's zu? Komm her. Hier, hier kriegst du erstmal ein Schieb. So, viel Spaß damit. Wünsche dir echt viel Spaß damit. So, ich krieg's noch ein Schieb, weil es so schön war. So, und jetzt Deep Freeze. Und bam, gib ihm. Gib ihm. Hier, kriegst du ein Konterspell. Bam. Nix da. Hab ich dir gegeben? Hab ich dir gegeben? Ich hab dir gegeben, oder? Mein Freund. Ich hab dir gegeben. Ey, mein Freund. Du brauchst hier gar nicht so blöd rumzulaufen. Oh, was machst du jetzt? Hier, ich geb dir das. Lalalalala. So, yo, yo, yo. Was geht? Was geht? Wir gehen auf Ele. Okay, wir haben Mage und Dings. Okay. Mage und Ele. Dann gehen wir Ele. Ja, ist korrekt. Machen wir. So. Wieso trinkt er denn? Du miese Sau, hier. Mach dich weg. Oh. Ist das dein Ernst? Ich will den schieben. Ich kann den aber nicht schieben. Ich kann den jetzt wissen, verdingsen. So, wo ist jetzt der andere Kerr? Wo ist jetzt der andere Kerr? Ey, das... Ey, so langsam lass ich mir das nicht mehr gefallen. Ich seh hier grad gar nichts, was ich hier mache. Egal. Hauptsache, irgendwo drauf. Bam. Ich geb ihm. Bam. Bam. In your face. Komm her. Komm her. Deep Freeze. Bam. In your face. Bam. In your face. So, jetzt bist du dran, mein Freund. Ich hab zwar grad alles voll vercheckt, aber hier. Bitches. Yes. So, was haben wir denn da? Wir haben Schurke und Feral. Wir gehen auf... Keine Ahnung. Gucken. Katze. Ja, okay. Hätte ich mir jetzt aber auch halb gedacht, aber... Na, wenn der Rogue da ist, dann würde ich irgendwie gerne auf den Rogue. Weiß nicht. Sonst macht er mich kaputt. Und so, Krönung haben wir ja nicht mal First Strike, sondern die. Was natürlich sehr geil ist. Oh, oh. Oh, oh. Sind die schon bei denen hinten? Nein. Oh, oh. What? Der ist schon da? Okay. Deep Freeze. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Einfach hier voll Massenkarambolage-Dings irgendwas. Ah. Du kommst mir aber hier nicht weg. Weißt du das? Mein Freund. Komm mal her. Wieso wollen die einfach unbedingt auf den eigentlich? Das verstehe ich gar nicht. Nein, geht weg von meinem komischen Kumpel hier. Der komische Kumpel macht sich fertig. So, hier. Nix da. Ach, der ist tot. Er hat den fertig gemacht. Er hat den einfach ice cold fertig gemacht. Ist das nicht geil? Kann ich einfach mit Deep Freeze kommen? Aber er ist sehr spät verwenden. Das ist sehr schade. Alles klärchen. Wir haben hier gerade einen Diszi-Priest und einen Krieger. Das werde ich genießen. Weil das nicht so ganz einfach ist. Wir gehen auf den Krieger. Und versuchen ein bisschen den Heiler zu zählen. So wie es halt möglich ist. Ich habe das Gefühl, ich gehe gleich sterben. Ist nur so ein Gefühl. Wir sehen das Equip aus. Ja, das sieht eigentlich einigermaßen bei denen aus. Oh, ist das dein Ernst? Wieso wurde der gerade nicht eingefahren von meinem Scheiß-Pad? Das gibt es doch nicht. Nein, Mann. Geh mal weg. So, hier. Damit du auch noch schönen Scheiß hast. So. Ach, der macht das schon. Okay, der will vieren. Okay, gut. Alles klar. Dann kann ich ja ein bisschen so spielen. So, ich spiele gleich richtig, Leute. Ich muss jetzt hier gerade nur ein bisschen aufladen. Meine Power. Meine Flower Power. Hä, was? Was? Wann habe ich ein Dings eingesetzt? Wollt ihr mich verarschen? Oh, geh weg, ey. Zerschmitt in der Stoß. Wo bleibt das? Das ist so. Ja, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, komm doch. Ja, es hat da Pain Suppression an. Wollt ihr mich verarschen? Oh Gott. Oh boy. Oh boy. So, ich will erstmal den Dings fieren. Nein, Mann. So, jetzt gibt's hier Party. Komm her, mein Freund. Komm her. Kommen sie her, mein Freund. Komm. Komm, tschick, 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 tschick. Komm, tschick, 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 tschick. Nein. Yes. Der hat ihn gefickt, ey. Das ist ja immer geil. Ja, und jetzt. Da, 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 da. Yes. So. Ist es schon Zeit für Illusion? Nein. Also. Wir hätten hier einen Verstärker und einen Pharoidroiden. Und wir gehen natürlich auf den Verstärker. Und ich mach jetzt einfach mal Illusion. Dann warte ich auf den Tamar. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich hab den jetzt nicht durchgebracht, Jura. Und los geht's. Werdammt, jetzt wissen die, dass ich genauso aussehe wie der. Oh, oh, oh. Das ist doch scheiße. Mann. Der ist echt sexy, der Typ. Bleib stehen. Bleib stehen. Du dreckiges Arschloch. Du dreckiges Arschloch. Komm schon. Wo bist du? Wo bist du, mein Schatz? Wo bist du, mein Schatz? Wildheit. Ich scheiß auf deine Wildheit. Hier, verpiss dich. Ja, oh, really? Sehe ich nicht so. Sehe ich nicht so. Ey, der müsste nur einmal in Deep Freeze rein. Aber der verreckt trotzdem. Meine Fresse, ey. Ach, der ist tot! Und ich freu mich in Ast ab. Und ich freu mich in Ast ab. Obwohl er nicht tot ist. Dann nehm ich dich jetzt immer richtig durch, mein Freund. Du, verdammter Arsch. Ich brauche eine Unsichtbarkeitskugel. Wo ist mein Mount? Da ist mein Mount. Wie geht er nicht drauf? Ach ja. Ach, wo ist der denn? Lol. Oh, ich hab's voll vercheckt, ey. Predator Swiftness. Komm her! Ja, wenn ich sowas nicht leiden kann, ne? Wenn ich was nicht leiden kann, dann sind es einfach solche komischen Droiden, ey. Wenn es irgendwas gibt. Echt ohne Scheiß. Dann sind es diese Scheiß-Dudos. Komm her! Lächerlich. Lächerlich. Erkill doch mein Pet. Erkill doch mein Pet. Er macht doch. Du dreckiger Bastard. Du, echt. Du bist so ein dreckiger Sack, ne? Du bist so ein dreckiger Sack. Tut mir aber leid. Jetzt hab ich wieder voll AP. Wie kommt das denn nur zustande? Hm. Ist aber seltsam, oder? Ey. Zum Thema Droiden, Mann! Klasse! Klasse! Skull Bash! Predator Swiftness! Big Heel! Barkskin! Skull Bash! Ja! 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 Ja!